ein liebes hallo nach draußen hier bist du wieder richtig beim einfach auftanken podcast deinem podcast wenn es um balance und wohlfühlen geht und ich habe mich entschieden heute mal eine kleine übung zu machen die heißt auf der grünen wiese ja warum auf der grünen wiese zurzeit ist einfach bei uns alles mega saftig grün es regnet viel das ist nicht immer schön aber die wiesen sind grün und bei uns zu hause sind sie so grün wie schon lange lange sommer nicht und deshalb lade ich dich jetzt ein mehr auf die grüne wiese also bis gleich deine anja bevor du jetzt ganz in diese neue folge einsteigst möchte ich dich bitten dich an einen sicheren ort zu begeben sicher bedeutet alles was nicht mit autofahren zu tun hat wir werden eine kleine meditation machen und ich kann nicht einschätzen wie sich diese auf deine fahrtauglichkeit auswirkt deshalb halte einfach an wenn du mit dem auto unterwegs bist und noch eine kurze pause bis gleich und viel spaß im idealfall sitzt du jetzt auf einer grünen wiese nimm einfach eine angenehme sitzposition ein entspann dich so gut wie es geht nimm wahr was du wahrnimmst wie dein po aufliegt wie deine muskulatur sich an oder entspannt nimm wahr wie es um dich herum riecht es ist ein unterschied ob du dich jetzt tatsächlich auf einer wiese befindest oder an einem anderen ort schließe deine augen und atme einfach ruhig ein und aus ein und aus ein und aus ein und aus ja es atmet dich du musst gar nichts tun lenke deine aufmerksamkeit auf eine grüne saftige wiese im sonnenschein spüre den weichen boden unter deinen füßen und wie die gräser nachgeben wie sie vielleicht sogar an deinen fußsohlen kitzeln du lässt deinen blick über diese wiese schweifen ach du erfreust dich an diesen vielen 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 farben der blumen und ja der frische duft der blüten und der gräser steigt ganz intensiv in deine nase möglicherweise befindest du dich sogar auf einer bergwiese da ist der duft noch mal ganz anders viel würziger und intensiver und wenn du da mit den händen umher greifst dann kannst du den bärwort spüren und ja ganz fein und weich und wenn du ganz leicht diese pflanze zwischen deinen fingern zerreibst dann entfaltet sich dieses würzige ja man kann es ja im grunde genommen gar nicht beschreiben aber dieser wunderbare duft so fühlt sich natur an und auch bäume stehen in deiner nähe vögel sitzen darin und singen und die blätter bewegen sich ganz leicht hin und her und rauschen im blauen sommerwind du atmest tief ein und du lässt los mit jedem ausatmen und die ganze energie die sich um dich herum befindet die kannst du einatmen und du kannst loslassen fühl in dich hinein was möchtest du loslassen sind da gedanken die noch kommen lass sie gehen wie die kleinen wölkchen im sommerhimmel lass los was dich schwer macht was deine muskeln krampfen lässt lass sie locker werden stell dir vor wie der laue wind ganz leicht deine muskeln massiert und sie werden locker und leicht du fühlst den gesang der vögel regelrecht in dir vibrieren er macht dich so wohlgemut und du spürst wie du immer mehr eins wirst eins mit der wiese mit dem duft den du atmest die leichtigkeit der wolken die über dich hinweg zieht ja und die wärme die sich wohlwollend über dir ausbreitet ja nicht nur über dir wie sie leicht und leise in dich hinein kriecht voller wohlbehagen und du bist weich und locker und entspannt so fühlt sich Sommer an unbeschwert und frei und du fühlst immer mehr wie wichtig und gut es ist sich eine Auszeit zu nehmen auf so einer Sommerwiese vielleicht streichst du mit den Fingerspitzen über die Grashalme hinweg und während du das tust kommt ein kleiner Schmetterling geflogen und setzt sich auf deinen Zeigefinger ganz vorsichtig und langsam bewegst du den Zeigefinger mit dem Schmetterling auf dich zu öffnest deine Augen und nimmst ihn wahr du spürst deine kleinen Beine auf deiner Haut und du siehst wie die Flügel ganz langsam auf und zuschlagen aber er fliegt nicht du kannst die Maserung sein Muster ganz wunderbar deutlich sehen und die Leichtigkeit des Schmetterlings überträgt sich auf dich und während du vorsichtig die Hand wieder von dir streckst fliegt der Schmetterling davon und du fühlst, dass der Schmetterling ein Teil deiner Last witzig genommen hat und fragst dich noch wie schafft das dieser kleine Schmetterling das mir jetzt so leicht ist du stehst auf und läufst noch ein paar Schritte durch deine Wiese gedankenvoll und frohgemut und leicht und dann ist es auch schon wieder an der Zeit zurückzukehren ins Hier und Jetzt und du tust einen tiefen Atemzug atmest tief ein und aus und rechst und streckst dich und fühlst dich ganz leicht und bist wieder hier auf deiner richtigen Wiese oder auf dem Platz deiner Wahl von dem du gestartet bist und ich hoffe, du hast Freude an jeder grünen Wiese die du in den nächsten Tagen und Wochen sehen wirst und du freust dich daran weil du weißt wie frisch so eine Wiese ist und wie gut man sich darauf erholen kann und automatisch wenn du so eine Wiese siehst wird ein Teil dieser Leichtigkeit wieder in dich hineinfahren wie ein lauer Sommerwind und deshalb bin ich mir sicher du fühlst dich jetzt gleich richtig wach frisch und erholt in diesem Sinne einfach auftanken und beim nächsten Mal wieder mit reinhören deine Anja ach schade jetzt ist diese Folge auch schon wieder rum aber macht ja nichts wenn dir gefällt was du hörst dann abonnier doch einfach den Podcast dann kannst du keine Folge mehr verpassen und bist immer wieder dabei wenn es heißt einmal auftanken bitte wenn du Kontakt aufnehmen möchtest weil du Fragen hast oder Themenwünsche dann kannst du mich ganz einfach erreichen indem du mir eine E-Mail schreibst an einfachauftanken at gmx.de ich freue mich drauf auf die Ohren und bis bald deine Anja